Hallo und herzlich Willkommen! In meiner Malschule habe ich mich ja schon öfters mit monochromen Zeichnungen beschäftigt. Wie man mit nur einer Farbe eine plastische Aktzeichnung herstellen kann, möchte ich Ihnen im folgenden Beispiel zeigen. Ich verwende einen Rötelstift, Rötelstaub und den Duo Pastellopinsel von Habico. Schauen Sie mir jetzt einige Minuten über die Schulter und lernen Sie, wie einfach das geht. Am Anfang steht eine kleine Rötelskizze, die ich locker auf das getönte Papier gebracht habe. Mit dem Stift werden die wichtigsten Details und die Form des Modells angedeutet. Ich brauche nur wenige Striche, um daraus eine plastische, monochrome Zeichnung zu machen. Anschließend zeichne ich mit dem Stift die Schatten und weitere Details. Ich beginne am Kopf. Hier bestimme ich die Hell-Dunkel-Werte. Ich male nur Schatten-Effekte, wie hier bei den Augen oder beim Mund. Die Lichtseite wird bei meiner Technik vom Farbton des Papiers bestimmt und bleibt deshalb freistehen. Mit dem Finger verwische ich jetzt die Farbe und schwäche so die harten Ränder des Stiftes ganz leicht ab. Jetzt entstehen die starken Schatten in meiner Zeichnung. Dafür tauche ich die runde, breite Pinselspitze des Duo Pastello in den Rötelstaub. Damit nicht zu viel Staub aufgenommen wird, klopfe ich im Glas den überschüssigen Staub wieder ab. Dann streiche ich mit dem Pinsel den Rötelstaub auf. Die Beleuchtung der Szene teile ich in Schatten- und Lichtbereiche auf. In den Schattenbereichen meines Modells wird der Rötelstaub mit dem Pinsel aufgerieben. Es entstehen jetzt die intensiven Schattenbereiche im Hintergrund und an der lichtabgewandten Seite der Figur. Hier im Detail kann man sehr schön erkennen, wie das Ponyhaar des Duo Pastello Pinsels den Rötelstaub gleichmäßig auf dem Papier verteilt. Den überschüssigen Rötelstaub ziehe ich dann mit der breiten Pinselspitze nach rechts. So entsteht ein weiterer Schatteneffekt, der diesmal nicht die Figur, aber den Hintergrund ausfüllt. Das Modell sitzt im Halbschatten und der Hintergrund ist leicht abgedunkelt. Deshalb liegen nur wenige Körperteile im Licht. Dieser Effekt schafft räumliche Tiefe und macht das Modell plastisch. Jetzt verwende ich die kleine Spitze des Duo Pastello. Mit ihr bestimme ich die hellen und mittleren Schattenbereiche. Es kommt vor, dass der Pinsel die Striche des Stiftes verwischt. Diese bessere ich dann noch einmal nach. Mit dem Finger klette ich die Unregelmäßigkeiten in der roten Fläche. Jetzt kann man auch erkennen, dass es besser ist, am Anfang eine einfache, transparente Skizze anzulegen und erst später alles auszuarbeiten. So lassen sich die kleinen und großen Fehler viel leichter ausbessern. Die Zeichnung sieht jetzt schon ganz gut aus. Allerdings ist mir das Gesicht noch zu uneben. Deshalb wird es jetzt überarbeitet. Um die Augen herum habe ich zu viel Rötelstaub aufgetragen. Diesen entferne ich mit einem Radierstift. Den Stift kann man wie ein Bleistift anspitzen und den Staub auch in den kleinen Flächen leicht wieder entfernen. Der Radierstift zerstört nicht den Malgrund. Deshalb kann man nachher ganz leicht wieder darüber malen. Die Korrekturen sind nicht zu erkennen. Die Hände des Modells sind durch den starken Schatten kaum zu erkennen. Deshalb radiere ich hier die Finger ganz einfach heraus. So wie im Gesicht entferne ich auch bei den Händen den Rötel mit dem Radierstift. Jetzt sind die Finger gut zu erkennen. In den Bildbereichen, wo der Rötelstaub das Licht verdunkelt, wird er ganz einfach mit dem Knetgummi entfernt. Der Farbton des Papiers kommt dann wieder heraus. Mit dieser Methode lassen sich auch die Schattenbereiche abschwächen. Die ganz dunklen Schatteneffekte überarbeite ich nochmals mit dem Rötelstift. Ich drücke den Stift etwas stärker auf und verreibe dann den Rötel mit dem Finger. So entsteht eine deckende, intensive Fläche, die den Schatten dunkler macht. Wie hier an der Hand zu erkennen, kann man auch mit dem Knetgummi feine Details und Lichteffekte erzeugen. Damit dies gelingt, formt man den Knetgummi zu einer Spitze und entfernt unter leichtem Druck den Rötelstaub. Allerdings geht das nicht so genau wie mit dem Radierstift. An der fertigen Zeichnung kann man die Wirkungsweise des Duo Pastello Pinsels erkennen. Mit der runden, abgeflachten Spitze entstehen Flächen und Halbtöne. Mit der dünnen Spitze aus Synthetika kann man Details einarbeiten, aber auch Farbe und Kreide abschwächen. Mit dem Duo Pastello Pinsel kann man ohne großen Aufwand monochrome Zeichnungen aufpeppen. Der Pinsel ermöglicht das Anlegen von transparenten Schattenflächen und Tonwertabstufungen, die aus einer gewöhnlichen Rötelzeichnung schon fast ein Gemälde machen. Malen Sie mein Bild nach und lernen Sie diese einfache, aber beeindruckende Technik kennen. Malen Sie mein Bild nach und lernen Sie die guten Rötelsteuner. Malen Sie mein Bild nach und lernen Sie das. Malen Sie mein Bild nach und lernen Sie das. Malen Sie das. Vielen Dank.